... Die Kuda-Rotte geht gerade in der Außenbahn, 4, 5 und 6, guter Bein. Und wir kommen auf die Piste gerade. Als erstes wechseln wir mal hoch wie beim Tierhaus nicht mehr. Als erstes wechseln wir mal hoch wie beim Tierhaus nicht mehr. Als erstes wechseln wir mal hoch wie beim Tierhaus nicht mehr.